So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Nioh 2. Let's play in der Mission Durchdringendes Wasser. Wir befinden uns, haben den ersten Shotcut geöffnet. Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Gehen wir durch den Shotcut wieder durch. Ich habe da keinen anderen Weg gesehen, ne, Leute? Da lang vielleicht? Oder ist das kein Shotcut? Ist das... Jetzt will ich mal das wissen. Der nächste Schrein vielleicht sogar. Wer bist denn du? Ist der nächste Schrein? Aha. Da geht's runter. Oh Gott, ist das ein weitläufiges Gebiet. Wird auch der erste Kodama angezeigt. Ich habe da wieder zu wenig drauf geachtet. Oh Gott. Woah. Woah. Stirb, genau. Mit einer Schlemmwaffe geht es gegen die, finde ich schon um einiges leichter. So, wir könnten jetzt theoretisch hier geradeaus reingehen. Wir machen das aber mal nochmal da unten. Vielleicht schaffen wir es über einen kleinen Umweg, der etwas weniger gefährlich ist. Das ist meine Hoffnung zumindest. Das ist ein Kätzchen. Aber hier geht es nicht weiter, ne? Das wird eine Schadkart. Also müssen wir vorne rein. Das ist eine Schadkart. 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 Aber hier wird es einと思います, was das passiert. Das ist eine Schadkart? Was ist ein Schadkart? Ui, hast du mich jetzt erschrocken? Boah, macht die Feed-Damage! Was so klar, ne, das ist der kleine Scheißer da! Wow! Da ist irgendwo Beschwerden! Das ist der kleine Scheiß. Und zu. Ich die hasse. Jetzt verwandelt er sich auch noch. . 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 Und weg vom Fenster. da ist die Schlange der das noch nicht gesehen zum glück werde ich erstmal in Ruhe lassen. . 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 Kotaama Nummer 2. Sehr schön. Mann nicht die Viecher schon wieder. . Untertitelung ab 20.04.2021 Hm. Hehe. Hm, das ist zu blöd. Hm. Mann, war das knapp. Haha, trottet noch. Ich denke, den Shortcut wollen wir gleich haben. Da drüben ist er. Da muss ich rüber. Den brauchen wir. Mensch. Ich muss mich jetzt mobben. Wir gehen auch mal kurz runter. Wir holen uns noch ein bisschen Faultier-Amulette. Ein bisschen Munition. Das kann nicht schaden. Jetzt haben wir sechs Stück. Okay. Vier, die wir tragen können. Und durch das Kaufen haben wir sechs. Mega. War hier nicht immer ein Soldat. Oh. Oh. Das ist die Kämpfe in der drüben immer noch. Oh. Oh. Da unten ist eine Schlange. Da drüben wird auch gekämpft. Und da ist der Schlange. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Oh. Was ist denn das jetzt schon wieder? Da drüben wird mir auch ein Kodama angezeigt, den machen wir uns dann auch. Da steht das, seht ihr? Da geht es nicht weiter, da geht es in den Tod. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Die erinnert mich ein bisschen an Hinu, Emma. Jetzt wird sie gefährlich. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Aber wir haben sie. Wir können die Tür öffnen. Hier wird schon wieder ein Kodama angezeigt. Da haben wir Nummer 4. Da ist Flut. Komme ich nochmal hoch? Ja. Nein. Das ist auch wieder ein tolles Gebiet, finde ich. Der hat ihn jetzt ge... Ne, doch nicht. Den kann ich nicht anrisschen, den anderen. Wer bist denn du? hat man gesehen wurde es ja nicht mal mit dem einen da fertig so weg vom fenster kommen bis jetzt relativ gut durch war klar wahrscheinlich wieder über das dach entschuldigung oh gleich zwei stück wow ich dachte ich wäre da in sicherheit ich schieße aber nicht mehr auf mich da haben wir dir viel abgezogen ja ja wow man stirbt hier echt leicht ein falscher schritt ja ich glaube das wird gleich gefährlich das ist im wasser ich habe kein feuer ausgerüstet schaffe ich das bevor der kommt super das ist die falsche waffe und weg ist er ja und kodama nummer fünf der wurde mir nicht auf dem ding angezeigt auf dem radar gibt es kodamas die nicht mit dem radar auffindbar sind ich verstehe es nicht oder täusche ich mich da einfach immer so gewaltig so ein schottkart offen ja 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 So, wenn erst mal das Key unten ist, dann geht es auch ratzfatz. Für den holen wir uns nochmal Feuer. Da drüben ist auch schon wieder ein Kodama, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Der wird mir auch nicht angezeigt. Doch, jetzt, ich bin noch zu weit weg gewesen. So, wirst du bewacht? Ne, ne? Haben wir ja schon sechs. Ich glaube, neun braucht man, es wären noch drei. Wow. Nein! Was bin ich für ein Idiot, Leute? So was von unnötig, sorry. So, da wären wir jetzt wieder an der Stelle. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil ich da zu oft Mist gebaut habe auf dem Weg dorthin. Und ich will eure Zeit ja natürlich nicht verschwenden. Und weg vom Fenster. Wow, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Da geht es nochmal hoch. Danke fürs Bewachen von meinem Loot. Oh, den habe ich übersehen. Und er gibt mir wieder was Tolles, hoffe ich doch. So, habe ich nichts Lilanes für dich bekommen? Doch. Da freust du dich. Danke. Es scheint kein Gegner hier zu sein. Ich glaube, dann geht es jetzt bei der Brücke weiter. War hier oben. Genau richtig für den Hinterhalt. Wer bist denn du? Wow, eine Million Damage. Wow, 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 wow. Das gibt es nicht, Leute. Das gibt es echt nicht. Unnötiger, unnötiger Tod. Wo kommst denn du her? Ja. Die Folge macht mich fertig. Den Weg kenne ich ja mittlerweile schon so gut. Ja. 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 Na ja. 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 Das war's für heute. Da kriegst du erstmal einen dicken Schuss von mir? Alter, wo kommst du her, Mann? Alter, wo kommst du her, kommst du her, kommst du her, kommst du her. Alter, wo kommst du her. Alter, wo kommst du her, kommst du her, kommst du her, kommst du her. Da drüben hockt auch noch einer. Oh, ich will endlich einen Shotcut haben. Dann schreien irgendwas in der Richtung. Das ist doch jetzt aber kein Boss, oder? Wir haben hier keinen Schrein, gar nichts. Doch, da ist ein Schrein. Dann sind wir auch fertig mit der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.